Als Decke würde ich was anderes empfehlen, irgendwie. Aber was? Diesen grünen Stein mal ausprobieren. Das da? Das da. Also auch grau, ne? Warte mal. Wir machen mal hier ein bisschen. So. Was ist das jetzt? Das ist der Gabbro. Ich weiß nicht. Draußen gibt es ja diesen grünen Stein. Ja, äh, nä. Äh, nä. Mach mal den hier nicht. Hellgrüner Stein. Da ist er doch. So. Geh weg. Geh weg. Quazit. Ich nehme jetzt den hellgrünen Stein. Nein. Rässlich. Ja, mal zum Ausprobieren. Wo ist er denn? Wo habe ich ihn denn hingetan? Hä? Da. Oh. Toll. Voll grün. Was war denn da oben? Und der hier wieder rein. Zack. Das ist Quazit. War aber auch nur 22, 23. Ja gut, aber ich glaube, das gibt es hier um die Ecke, aber trotzdem. Aber das war es dann aber auch schon, oder? Halt, Kobbel. Kobbel, Kobbel. Kobbel, Kobbel, Kobbel. Kobbel, Kobbel. Kobbel, Kobbel. Das ist cool, wir nehmen das. Was denn? Ach. Kobbel. Kobbel. Achso, ja. Da müssen wir aber wieder mit an unser Dings da oben gehen, ne? Ja, aber guck mal, das sieht gut aus. Ähm, ja. Wo ist denn der Gabbro? Da. Gabbro. Kobbel, Kobbel. Also, wieso packt er das nicht da rein? Jetzt. Kies. Alicia, Kies, haben wir die irgendwo? Das Gravel. Gravel. Nein, Gravel. Da. Ja, haben wir. Handisch gefunden. Spinnenfaden, da. So, Erde behalte ich nochmal. Druckplatte und Holztür. Warum auch immer die da lagen. Weiß ich nicht. Kann auch nicht sagen, ich weiß das nicht. Oh, nee, was ist das denn noch? Diorit. Diorö. Ähm. Äh. Diorit, Diorit, Diorit. Haben wir nicht. Pack ich da rein. Haben wir keinen Diorit mehr? Nee, hab ich alles aufgebraucht. Ach, hier, hier, hierfür? So, wir brauchen noch Kobbel. Ja. Bitte wüns. Vielleicht verschwinden dann noch diese Grashalme hier. Das wäre mir sehr recht. Oh, oh. Lieber vor der Tür. Oh, hier vorne? Ja. Hm. Dann gehe ich da nicht lang, würde ich mal sagen. Ich habe ihn mit Wolle beworfen. Jetzt grinst er mich blöd an. Oh, jetzt ist er hinter mir her. Und headbankt. Hm. Oh, jetzt hat er aufgehört. Ach so, die ist ja, die Truhe ist ja weg. Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach hier raus und renne in Richtung. Shit, aua. Aua. Nein. Ach so, dieses. Da war auch einer. Ich hing aber auch fest. So. Alles wieder wie neu. Na, was ist das denn? Ein Birkensetzling. Oh, cool. Äh. Darth Vader. Hm? Hm? Hier ist noch Grau-Wackel. Das brauchen wir ja nicht. Ich schlag nochmal ein paar Kobbels. Was schätzt du, wie viel brauchen wir? Was schätzt du, wie viel brauchen wir? Ja. Hm. 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 Ja. super 21 frag mich ob man das nicht noch effektiver hinkriegt ich musste mal auf minecraft wiki gucken die haben da echt tolle sachen drin okay das ist ich produziere ja gerade irgendwie zwei blöcke damit aber wirklich viel ist da auch nicht 31 kann aber nicht sein ich glaube da verbrennt auch viel genauso gut hier stehen bleiben überhaupt denn da hinten krieg ich gar nicht fliegen auch unkontrolliert hier einfach raus ich gerade unkontrolliert durch die gegend einer kuh beobachtet was wie heißt noch mal diese angst vor der also bei der leute angst haben von einer ente beobachtet zu werden wie ist das noch mal so warte ich wechsle mal die stecks wechsle mal die nein so stecks ja viele verbrennen da irgendwie noch vielleicht kann ich das aber umgehen indem ich da noch so mache und dann nee das ist schlecht dann so 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 ja 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 ich guck mal ich komm mal wieder angst vor tieren ne zoophobie ne es gibt wirklich ähm es gibt eine angst bei der leute angst davor haben vor einer von einer ente beobachtet zu werden google mal danach boah wie hieß die nochmal ich vergesse den namen immer weil das eigentlich nur super wichtige info ist brutal total wichtig oh und das hier achso das ist ein block des zimmermanns eh dann weg auch wie das auch wie das das ist das ist ähm 2 2 der marmor ist doch falsch hier ne das blöp blöp ah man eh ich meine die nicht wieder oder liegen die jetzt oben ne die liegen glaube ich oben blöp ah ja hier auf meinem bett ja da da stürzt ich muss auf pflastersteinen schlafen wieso ist der marmor hier falsch weil hier wären zwei hier wäre wieder die mitte und da müssen wieder zwei leer sein das heißt die säule müsste einen nach rechts sonst also die sieht man dann nicht weil das die außenwand ist dieses magenknurren das ist echt fies auf dauer äh 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 du schmeißt dich mit kuhhaut und du kriegst einen erfolg auch nicht schlecht ja cool danke achievement unlocked ach man der auch schon wieder oben anati der phobie genau das war's ich hab doch gesagt die gibt's anati der phobie angst von einer ente beobachtet zu werden hier ist noch ne lücke wo na hier ah so entlügt ich habe die ecke entlügt anati 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 Untertitelung des ZDF, 2020